Hallo Leute, mein Name ist Kabax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Wo stehst du eigentlich? Ich stehe jetzt hier gerade am Bahnkreuz und ja, das hängt schon wieder. Ja, genau, dann fahre ich da mal zügig zu dir, denn den haben wir ja in der letzten Folge aufgebaut und haben schon festgestellt, dass der wohl nicht ganz perfekt ist. Nee, ich gebe ja zu, dass der nicht auf diese großen Züge ausgelegt ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja, jetzt mal auf größere Züge ausgebildet. Deswegen haben wir gerade noch überlegt, ob wir den, und da haben wir das gleiche Problem, toll, dass wir den Kreisel nicht einfach größer machen. Ja. Dass wir den gleich mal abbauen und irgendwie doppelt so groß machen, damit der dann auch auf so große Züge ausgelegt ist. Ja, aber das mit den, ähm, na, mit den Zugsignalen, also den Zugkettensignalen, hat ja leider auch so nicht geklappt. Nee, das ist richtig. So. Obwohl er eigentlich ja hätte, also wenn, ne, wenn der hier rein, wenn der abgesperrt ist. Das funktioniert aber so nicht. Weil der andere dann, das, irgendwie sind die dann gleichzeitig, ja, aber irgendwie sind die dann gleichzeitig schon drin, das ist, äh, hm. Ja. Weil so, der hier, ach, okay, das liegt aber auch daran, weil, guck mal, weil die hier, das ja wiederum unterbrechen. Weil du hast ja, ähm, dieses Kettensignal, das wird ja nur einmal weiter geschliffen, sozusagen. Ja. Du meinst, hier überall an die Seite müssen Ketten, ich will jetzt nicht auf die Tien stehen. Genau, weil hier, hier ist es zum Beispiel, hast du ja gesehen, dieses hier war rot, aber das, bei dir, das Kettensignal war nicht rot. Ja, jetzt zum Beispiel. Ja, aber es. Das müsste normalerweise rot werden. Ja, aber was ja wieder nicht gewollt ist, ist ja, dass der komplette Kreise blockiert wird, wenn einer nur geradeaus durchfährt und der andere auch geradeaus durchfahren will. Das ist ja wieder nicht gewollt. Ja. Das, oder wenn jetzt einer von oben, also wie gerade, dass der einmal durch den Dreiviertelkreisel fährt, dass der von oben trotzdem durchfahren kann. Das ist ja gewollt, dass zwei Züge im Kreisel sein können. Ja, aber du siehst ja, dass das nicht funktioniert. Ja, weil der Kreisel nicht groß genug ist. Oder wollen wir jetzt hier einfach nochmal, noch ein Gleis machen? Zwei Stück. Wie, noch ein Gleis? Also, dass wir hier den Kreisel lassen und noch ein Gleis machen. Noch ein zweites. Du meinst ein drittes Gleis. Ein drittes? Ja, hier sind doch zwei Gleise. Ich meine ein, nein, 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 ich meine ein Kreisel im Kreisel. Hier, guck mal. Ja, weil der hier, guck mal, der ist hier reingerollt, obwohl hier ein rotes Signal ist. Was soll das? Der hätte hier da gar nicht reinfahren dürfen. Bis wohin? Ja, wahrscheinlich, weil er schon gerade drüber war, über dem Signal. Ja, war zu schnell. Und ist dann erst beim nächsten stehen geblieben. Ähm, nee, was ich meine ist, okay, der wartet. Weil das funktioniert ja, genau so soll es ja sein. Deswegen, ich bin einfach, hä, wieso wartet der jetzt? Achso, weil der auf den vorigen warten muss. Ja, und warum wartet deiner jetzt? Achso, nee, ist klar. Jetzt wird der wieder. Jetzt kommt von oben einer, der wartet. Der muss er, ja. Eben, dass der nämlich hochfahren kann, obwohl der andere da durchfährt. Das ist ja ... Also ich meine, ist hier ... Ich glaube, wir müssen den Kreisel einfach größer machen. Dass man einfach hier nochmal ... Ja, aber das ändert nichts an Problemen. ... nochmal eine Ausweichstrecke bauen. Ja, aber das bringt ... Das Problem ist ja, dass wenn einer von rechts kommt und nach unten will, und der andere von links kommt, aber nach oben will. Da ändert ja diese Strecke nichts dran. Ja. Ja, wie würdest du denn jetzt den größer bauen wollen? Ich würd den Kreis einfach größer machen. Ja, mach mal. Also ich würd das jetzt hier separat bauen und dann später einfach drüberlegen. Achso. Ja, dann muss ich den aktiven Verkehr nicht ... Blockieren, ja. Blockieren, das mein ich, ne? So, das heißt, ich mach dir mal ein bisschen Platz, so. Ja, danke, du machst mir Platz. Da fällt mir ein ... Ich habe gerade schon mal den Zug gesetzt, der zwischen Eisenbase und Eisenauto hin und her fährt. Wir müssen nur aktuell immer noch warten, dass ... ... unsere ganzen Eisenreste, sag ich mal, aufgebraucht sind. So, dann setzen wir den jetzt einfach mal hier ... Achso, das hättest du dir jetzt ersparen können. In den alten Schmalzvorlage. Ja, den kannst du gleich wieder abreißen. Äh, warum ... ... kommen da jetzt keine Gleise? Oh, weil ... Sind wir hier im System drin? Ja. Ah, können wir bitte aus dem Signal rauslaufen. Äh, aus dem System rauslaufen. Möchte jetzt nicht im System sitzen und das machen. Weil es schrecklich ist, wenn die das dann nicht abbauen. Fuck's System! Ähm, aber bau ihn, bau mal nicht. Ähm, ich zieh mir einfach hier ... Ich zieh dir mal eine Lane, genau. Wo willst du jetzt ansetzen? Ähm, ich muss erst mal die Mitte finden, ehrlich gesagt. Jetzt die Frage. Ich bau jetzt einfach mal quer rüber und dann setze ich mir irgendwo eine Mitte. Oh, ja. Ja, zwei Stück. Genau. Ich fürchte nur, ich hab nicht ... Ich fürchte nur, ich hab nicht genug erschienen. Ich hab noch welche dabei. Ich hab bei weitem nicht genug. Ich hab noch 40 Stück oder so. Oh. Äh. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Ähm, wie hab ich denn das gemacht? Den so hoch und da ab da dann ... Den Grundkreis, ja geil. Den Grundkreis. Äh, äh. Ähm. Guck mir das mal gerade an. Grundkreis. Also, wir brauchen ja erst mal einmal jeweils zu den Seiten hin, ne? What? Ach so, du baust jetzt den Grundkreis. Ich versuch den Grundkreis so ein bisschen ... Er wird natürlich ein bisschen ovaler. Die Frage ist, ist der noch ... Nee. Der ist ein größer. Nee, nee, nee. Der ist, äh ... Der ist ein größerer, ja. Da hast du Scheiße gebaut. Nee, hier unten hab ich einfach nur eins zu ... Eins weit runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier muss der sein. Da. Genau. Genau. Jetzt hab ich keine ... Jetzt hab ich keine Schienen mehr. Ja, pass auf, äh, warte. Pack dir mal hier welche rein. So, bitteschön. Dankeschön. Werden wir jetzt im System ... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, ja. Leck mich am Arsch. So. Das sieht echt komisch aus. Das sieht extrem komisch aus, gerade. Also, irgendwie sieht das falsch aus. Ähm, der ist so weit links. Ja. Du hast nämlich hier nicht die Siebener abgeschätzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier muss das nämlich hin. Da muss ... Den hab ich immer gezählt. Ich hab den erst mal Pi mal Daumen gemacht. So. So. Äh, der muss weg und dann da so. So. Genau. Jetzt haben wir einen Kreis. Naja. Wenn man das so nennen darf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, Quatsch, was mach ich denn? Die brauch ich doch hier noch. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. So, warte mal. Das sieht trotzdem irgendwie komisch aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nehmen wir mal die magische Zahl, sieben. Hier auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau. Hier auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da hast du ein großer ... Da haben wir schon ein größerer als vielleicht. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, keine Schienen mehr. Äh, ich hol mal eben neue. Ja, ich hab noch welche. Ach so. Die haben ja nicht alle gegeben. Ach so. Witteschön. Denk ich schön. Braucht ja auch noch ein paar. Ach. So. Und ich kann schon mal anfangen, die Signale zu setzen. Mach das. Mach das. Mal gerade ... Ähm ... Ach, die Frage, ob wir natürlich hier jetzt überhaupt Kettensignale dann setzen, ne? Hm, würd ich nicht machen. Ich würd's so wie bei dem oben machen. So genau, nur mit den Signalen arbeiten. Ich glaub, das ist das Sinnvollste. Ich mein, es ist halt ... Der sollte halt schon ... Dadurch, dass er jetzt so groß ist, sollte er schon offen sein. Der Kreisel. Also nicht, dass der Kreisel komplett blockiert ist, nur weil einer durchfährt. Ja. Das wär irgendwie ein bisschen doof. Mal gucken. Ich setz dich mal bis zum Rand. Moment, aber der müsste jetzt groß genug sein, damit, wenn da einer reinfährt ... Ja, auf jeden Fall. Hoffe ich. Glaube ich. Dann muss das ... Wir werden es sehen. Ja. Nee. Also das macht mich hier gerade köre, diese ... Was denn? Dass du hier auch drehen kannst, das macht mich gerade ein bisschen kirre. Wie, was drehen kann? Ja, dass hier auch einer reinfangen kann und drehen kann. Ja, das ist doch geil. Ja, macht mich nur gerade, verwirrt mich gerade von den Signalen her. Ach so, wieso? Das ist ganz einfach. Mit den Signalen hab ich überhaupt keine Probleme. Der kommt von oben runter, linke Seite, zack, 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 zack. Von unten fährt er hoch, zack, zack, zack. Warum blicken die denn alle? Zack, weil sie nicht abgeschätzt sind. Wenn man nicht alle vier Signale hat, ja, ja, verstehe. Nee, Quatsch, der ist total Bullshit. Wart mal, ich setz die in der Mitte mal ganz kurz ein bisschen anders. Dann ist es immer einfacher abzuschätzen, in welche Richtung der Zug da hoch, 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 hoch. Da blinkt aber noch irgendwas. Das blinkt die ganze Zeit. Ja, ja, aber ... Das blinkt erst so lange, bis wir erfährt. Wir sind noch nicht ganz fertig hier, irgendwie. Welche? Ja, das ist normal. Da ist noch kein Abschluss. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Ach so, da. Wart mal, die hier würde ich ein bisschen weiter hinten platzieren, hier ungefähr. Nee, ich hab die schon extra ... Ähm, wart mal. Ja, doch, wir bauen richtig. So, hier fehlen noch welche. Die noch. So, und jetzt ... So, warum baust du den immer so versetzt? Ähm, weil ich so in Zugrichtung baue, sodass der Zug vor dem Signal stehen bleibt. Dann weiß ich, in genau welche Richtung wir fährt. Weil wenn ich sie gleich baue, ist ja Blödsinn. Weil der Zug noch auf einer ganz anderen Hölle stehen bleiben muss. Ja, aber hier nicht, also ... Wo nicht? Ja, hier hattest du gerade, ähm, diese hier versetzt gebaut. Ach so, ja, das ist einfach nur Gewohnheit. Weil ich sie halt immer in die Richtung baue, dann weiß ich, in welche Richtung der Zug fährt. Aber hier stimmt noch irgendwas nicht. Hm? Wo denn? Nochmal die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Oh, oh. Die beiden haben wir. Hier ... Nee, da fehlt gar nicht. Äh, durch. Nee, nee. Die haben wir. Die haben wir. Die beiden Signale ... Die beiden Signale haben wir. Warum blinken die denn noch? Hä? Ja, sind doch Signale. So, welcher bringt? Der. Ja. Der kommt von ... Warte mal. Ich würde die Äußeren auch ein Stück weiter nach ... ... ein Stück weiter zur Seite setzen. Sodass sie nicht direkt am ... ... am Krösel stehen. Der ist hier. Warte mal. Der kommt von da. Der geht nach da. Der geht nach hier. Der fährt durch. Der fährt durch. Oh, der stimmt doch. Ja, das wundert mich nämlich auch gerade. Hier ist der. Aber hier ist das. Das ist auch korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ähm, hier fehlt auch noch ... Das ist blöd. Ähm, hier fehlt prinzipiell auch noch einer. Und zwar der, der von oben kommt. Hier muss noch ein Signal hin. Hier, wo ich stehe. Und zwar für den, der von oben kommt. Siehst du, nämlich dann blickt nämlich der auch der nicht mehr. Ja. Genauso wie hier, hier fehlt auch eins von denen, der von oben. Siehst du? Dann blickt nämlich der auch nicht mehr. Ja, okay. Na. Deswegen blicken die. Eigentlich ein schöner Kassel. So. Haben wir alle? Ähm, jetzt fragst du mich was. Ja, ja. Wir haben jetzt so, dass er gerade hochfangen kann. Gerade runterfahren kann. Darf ich, dass der sehr groß ist? Sieht ja auch ganz anders aus als der andere. Ja. Links und rechts kann er fahren. Von rechts kann er nach oben fahren. Von rechts kann er nach unten fahren. Ähm, und ... Hier fehlt noch einer. Hier muss einer hin. Hier muss ein Signal hin. Hier muss er wohin? Hier, wo ich stehe. Da? Genau. Genauso wie ... Jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn der von oben kommt, hier muss er eins hin. Wenn der von oben kommt, hier muss er eins hin. Das gleiche hier. 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 Und hier. Und hier auch. Oh Gott, oh Gott. Nochmal, wenn er jetzt von rechts hoch ... Also rechts runter will, dann fährt er da hoch in den Kreisel, da runter, und dann hier lang. Ja. Wenn er von hier kommt, dann fährt er einfach hier. Wenn er nach da will, dann fährt er hier lang, da lang, über die Signale, da Signal, da Signal, da Signal, da Signal, da Signal. Ja. Was machst du jetzt? Und ich baue die ein kleines Stück. Achso. Einmal lauten. Das finde ich irgendwie ein bisschen schöner, als wenn die direkt dran sitzen. Ja. So. Im Grunde haben wir das dann fertig, wa? Ich glaube, so passt er. Dann speichere ich den mir mal so ab. Den speichere ich mir auch so ab. Äh, und hopp. Und da du den jetzt auch gespeichert hast, können wir den ja wieder abreißen, weil wir brauchen ja jetzt die Materialien. Jupp. Dann können wir den alten nämlich gleich abreißen. Äh, das war Rechtsverkehr, ne? Rechts. Ja, ja. Rechts hoch, ja. Wir haben doch immer Rechtsverkehr. Also ich baue immer Rechtsverkehr. Hm, ja, ich normalerweise auch. Es ist immer unterschiedlich, wenn man, je nachdem, was ich gerade gebaut habe, dann baue ich einfach. Spielst du mit Engländern zusammen, ne? Die brauchen Linksverkehr. Nee, manchmal habe ich einfach eingebaut, also ein bestehendes System, und dann denke ich mir manchmal, ja, dann lasse ich das System halt so. Ja. Ui, das ist ja viel größer. Ha, wir könnten den sogar einfach drüber setzen. Jetzt ernsthaft? Nee, das geht doch gar nicht, oder? Das doch. Also, ja gut, man müsste unten ein Signal nach oben setzen. Herzhaft? Oder würde der da quasi drauf passen, ja. Aber ich glaube, dann funktioniert das Signal nicht mehr. Oh, dann hättest du auch so ein, ah, lass mal jetzt so ein Mega. Nee, das würde ich nicht machen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir müssen das schon komplett abreißen. Ja, allerdings sind wir schon wieder am Ende. Warst du ernsthaft? Dieser Folge, ja. Wow. Das heißt, wir reißen den jetzt noch nicht ab, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Da müssen wir den natürlich abreißen, den neuen draufbauen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht von den Zügen übergefahren werden. Ich würde sagen, wir reißen dann vorher einfach die Schienen einmal ab. Ja, bin ich auch für. Gut, alles klar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao. Tschüss. So, ausgusten. Mal gucken, ob der überhaupt aufgenommen hat. Oh, meiner nimmt noch auf. Ups. Ups.